In Deutschland ist ein Regierungsbezirk der Bezirk einer allgemeinen Landesmittelbehörde, in der Ressort verschiedene Aufgaben gebündelt werden. Diese Behörde wird von einem Regierungspräsidenten geleitet und trägt selbst die Bezeichnung Regierungspräsident, Regierungspräsidium, Regierung oder Bezirksregierung. Die Landesmittelbehörde steht als Mittelinstanz zwischen oberen und obersten Landesbehörden und dem Landrat als unterer Landesbehörde für den Bezirk eines Kreises. Diese Verwaltungsebene ist nur in einigen größeren Flächenländern eingerichtet. Teilweise wird diskutiert, die Regierungspräsidien abzuschaffen und die Aufgaben landesweit zu bündeln bzw. auf die kommunale Ebene zu verlagern. Mehrere Bundesländer haben die Regierungsbezirke bereits abgeschafft. In Baden-Württemberg allerdings wurden durch die Verwaltungsreform von 2005 die Regierungspräsidien gestärkt, indem ihnen viele Aufgaben bis dahin eigenständiger Landesbehörden übertragen wurden. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich in Nordrhein-Westfalen ab. Mit Beginn 2007 werden verschiedene Sonderbehörden in die Bezirksregierungen eingegliedert. Ein Teil ihrer Tätigkeiten soll dann auch zu den Kommunen verlagert werden. Die Industrievertreter haben diesen Schritt ursprünglich als Bürokratieabbau befürwortet. Zunehmend werden jedoch Befürchtungen laut, dass die kommunalen Abhängigkeiten nicht mehr den bisherigen unabhängigen rechtlichen Standard gewährleisten können. Werden Aufgaben der Mittelbehörden auf untere Instanzen verlagert, ist verwaltungsorganisatorisch der Grundsatz der Einräumigkeit zu beachten. Wonach der örtliche Zuständigkeitsbereich der allgemeinen Behörden und der Sonderbehörden sowie der verschiedenen Sonderbehörden untereinander, territorial deckungsgleich und diese unterschiedlichen Behörden für ein und dasselbe geografische Gebiet zuständig sein sollen. Geschichte Nach Bayern gliederte Preußen zwischen 1808 und 1816 sein Staatsgebiet in Provinzen und Regierungsbezirke. Letztere gaben seit 1811 ein Amtsblatt für öffentliche Mitteilungen heraus. Während der Zeit des Deutschen Reiches gab es in den größeren Bundesstaaten ebenfalls Regierungsbezirke als Mittelinstanz der staatlichen Verwaltung. Allerdings teilweise unter einer anderen Bezeichnung. Kreise in Bayern und Württemberg, Provinzen in Hessen, Landeskommissärbezirke in Baden, Kreishauptmannschaften in Sachsen. Die Bezeichnungen wurden in der NS-Zeit der preußischen Bezeichnung Regierungsbezirk angeglichen. Nach 1945 wurden die Regierungsbezirke in den meisten Flächenstaaten wieder als staatliche Mittelinstanz eingerichtet. Die Verwaltungsbehörde für die Regierungsbezirke, deren Grenzen sich im Laufe ihrer Geschichte mehrmals geändert haben, wurde entweder Regierungspräsidium, Regierung, der Regierungspräsident oder Bezirksregierung genannt. Leiter dieser Behörde ist der Regierungspräsident. In der Deutschen Demokratischen Republik wurden im Zuge der Abschaffung der Länder bei der Verwaltungsreform von 1952 sogenannte Bezirke eingerichtet. Deren Gebiete sich nur teilweise mit früheren Regierungsbezirken deckten. Bei der Wiedereinrichtung der Länder in der in Auflösung begriffenen DDR 1990 wurden nur in Sachsen-Anhalt und Sachsen erneut Regierungsbezirke geschaffen, die jedoch heute nicht mehr bestehen. Regierungsbezirke In folgenden Ländern gibt es Regierungsbezirke. Baden-Württemberg vier Regierungsbezirke. Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart, Tübingen. Bayern sieben Regierungsbezirke. Oberbayern, Niederbayern, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Oberpfalz, Schwaben. Unabhängig von diesen Bezirksregierungen als staatlicher Mittelbehörde existieren auch mit diesen deckungsgleiche Selbstverwaltungskörperschaften. Die Bezirke, siehe auch, Liste der Regierungsbezirke Bayerns Hessen Drei Regierungsbezirke Darmstadt, Gießen, Kassel, Nordrhein-Westfalen Fünf Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln, Münster In folgenden Ländern gibt es keine Einteilung in Regierungsbezirke mehr. Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen haben beim Beitritt zum Bundesgebiet 1990 keine Regierungsbezirke eingerichtet. In Schleswig-Holstein und im Saarland gab es nie Regierungsbezirke. Ehemalige Regierungsbezirke Vor 1945 aufgelöst Westpreußen Erstmals 1920 in Folge der Abtretungen laut Versailler-Vertrag aufgelöst im Zuge der deutschen Annexionen in Polen 1939 neu eingerichtet. Nach der deutschen Kriegsniederlage 1945 erneut aufgelöst. Posen Vorübergehend 1939 im Zuge der deutschen Annexionen in Polen eingerichtet. Nach der deutschen Niederlage 1945 aufgelöst. Zichenau 1945 nach Anfall der Ostgebiete des Deutschen Reiches an Polen und die Sowjetunion aufgelöst. Stettin Wegen neuer Nachkriegsverwaltungsstruktur in den westlichen Besatzungszonen aufgelöst. Siegmaring Wegen neuen Sitzes in den westlichen Besatzungszonen umbenannt. Mindenlippe Wegen neuer Nachkriegsverwaltungsstruktur in der sowjetischen Besatzungszone DDR aufgelöst und durch die Bezirke der DDR als Ersatz für die Länder und Regierungsbezirke ersetzt. Zekau Wegen der Bildung des Landes Baden-Württemberg 1952 umbenannt. Württemberg Landesbezirk Während der Gebietsreformen der 1960er und 1970er Jahre aufgelöst bzw. neu zugeschnitten und umbenannt. Wiesbaden Abschaffung der Regierungsbezirksebene in Rheinland-Pfalz 1999 Koblenz Abschaffung der Regierungsbezirksebene in Sachsen-Anhalt 2003 Magdeburg Abschaffung der Regierungsbezirksebene in Niedersachsen 2004 Weser-Ems Zusammenlegung der Landesdirektionen in Sachsen 2012 Direktionsbezirk Leipzig Historische Entwicklung der Regierungsbezirke in der Bundesrepublik Deutschland Anzahl der Länder mit Regierungsbezirken Siehe auch Statistische Ebenen in der Europäischen Union Näst du Latin-Pfalz 2021 die Regierungsbezirksebene in der Bundesrepublik Deutschland Und das ist das Die Regierungsbezirksebene in der Welt Unwürttemberg